Weil, es funktioniert ja jetzt. Was sind das für Geräusche? Ach, das Ding schlägt dagegen. Was geht da vorne ab? Hallo? Leute? Mike? Mike! Ihr wollt euch alle aus dem Staub machen? Das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was wir haben. Ich finde das keine nette Geste, was ihr hier abtreibt. Warum tut ihr das? Jeder hat eine Wahl. Ich bin nicht derart. Ich bin entschuldigt, Clem. Nur gib mir den Pfeifen, Clem. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde schrauben. Hier geht's. Hier geht's. Es geht's. Du Drecksack! Ich wusste, man kann ihr nicht vertrauen. Und ihr seid Narren! Setzt ihr doch Arschlöcher! So wahr! Äh, jetzt sind wir irgendwo in der eigentlichen ersten Staffel, was ist passiert? Es war aber langer, langer, langer schlechter Traum. Er wird sterben. Er wird sterben. Ich weiß ihn. Du wirst nicht wissen, was du? Ich fühle mich schlecht. Warum? Ich hab ihn ein Lachen, Baby, als ich den Bogen in seinem Pillow sah. Oh, das ist okay, honey. Du hast es nicht gesagt. Das ist ein blöder Grund. Definitiv. Ich bin hier mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Ja, es ist. Clem, die Leute machen nicht immer Sinn. Warum? Weil schlechte Dinge passieren bei allen. Und es ist schwer, dich selbst zu sein, nachdem sie es tun. Was denkst du, dass wir sie hinterlassen haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Höö. Nein. Vielleicht sollten wir es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir die richtige Sache gemacht haben. Wie kannst du dir sagen? Ich weiß nicht. Das ist nicht wie die Mathe, Clem. Es ist nicht so richtig. Es ist einfach nicht die richtige Antwort. Ich liebe Mathe. Ich liebe mich. Ich liebe mich auch. Ich liebe mich. Aber eine Sache ist, dass du das bestes für die Leute, die du überleust ist. Und dass ich niemandem weh tun muss. Dass du mich nicht verlässt. Wahrscheinlich. Irgendwie glaube ich das nicht. Irgendwie glaube ich das nicht. Ich gehe nicht in den Augen. Ich gehe nicht in den Augen. Okay, Lea. Ich wollte schon sagen, das hätte es nicht sein können, dass es ein Traum ist. Wo sind wir? Ist Bonnie in Ordnung? Ist Bonnie okay? Aber Wellington ist da draußen. Ja, aber da ist doch schon alles überlaufen von 300.000 Millionen Zombies. Ihr nehmt doch beide wie Kinder, echt. Ihr seid beide Kinder. Ich? Ich konnte nicht die ganze Straße sehen. Ich glaube, du hast Probleme zu sehen, viele Dinge in diesen Tagen. Du schluchst deine Mundre. Ich bin fertig mit deinem Spiel mit dir, Jay. Du schluchst. Du wirst mich nicht wissen. Oh, ich weiß genau, was du bist. Nichts. Niemand lebt über dich. Und du wirst nicht über niemanden, sondern dich selbst. Das macht dich nichts. Was ist mit dir? Es ist deine Familie, oder? Nein. Es ist, oder? Ich versuche dich, du kleine Scheiße. Lass auf die Straße auf. Es könnte die Polizei vorbeikommen. Du hörst mich. Du schluchst über meine Familie und ich werde dir enden. Jesus Christus. Ich bin so krank von diesem wundeten Warrior-Krapp. Geh weg. Ich kann es nicht nehmen. Was? Wieder zu fliegen? Was ein Schocker. Im Endeffekt immer nur über dich selbst, oder? Und wo warst du, als Sarita stirbt, Kenny? Hä? Wo warst du? Ich war da. Ich könnte... Gott sei Dank! Ich liebe diese Frau! Es ist niemandem schuld. Es ist niemandem schuld. Es ist niemandem schuld. Wir... Wir wollten alle zusammen sein, und es ging einfach weg. Aber wir haben es zu ihnen, um zu versuchen, das Beste davon zu machen. Ich bin sorry, Clem, aber ich kann nicht mehr mit diesem Schocker machen. Oh, das Gefühl ist mutuell. Du kennst die Sache über die Leute wie du, Kenny? Du bist nur eine Bombe, wunderschön. Jeder spricht über dich hinter dir, weil sie Angst haben. Das ist nicht wahr. Mike? Bonnie? Sarita? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Jeder von dir weiß, dass später oder später, sie werden sterben. Sarita weiß das. Ich weiß das. Und so ist Clementine. Ich habe dir gesagt, nicht zu sprechen über meine Familie. Fuck du! Fuckin' piece of shit! What the hell, you son of a bitch! Jesus! You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you alright? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have Diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. You got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. Anything happens. I'll try to meet you there. Alright? Okay. If you're going, go now. Kenny! Ich durfte gar nicht zu Ende reden. That fucking asshole. God! I can't do this anymore. I'm serious, Clem. Clem. Ihr dreht beide langsam durch. Clem... Everyone's like that around him. You know that. Clem, please. Clem, please. Right now. Are you serious? What about AJ? Look, I-I know you're close to him, but... Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Oh, Kacke. It's snowing. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck! Ihr habt doch gesagt, Kelte bringt eigentlich nichts gegen die. Oh, Gott. Muss ich auch noch fahren hier? Ich glaube, es hackt. Yay! Zombies überfahren. Wow. Wow. So geil geil. Get out of there! The door is stuck! Shit! Shit! Wir müssen raus. Go, go, go! Jane, wait! Wir müssen da hinten lang! Ah! Ah! Lass mich los hier! Meine Güte! Jane! Und schon sind wir wieder einsam und verlassen. Niemand weiß, wo Kenny ist. Niemand weiß jetzt, wo die beiden hin sind. Niemand weiß, wo der Rest der Truppe ist. Hey, guck mal, das ist ein Zombie. Hey, Zombie! Steh hier nur so rum. Dum 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 dum. Wo soll ich jetzt lang? Ich hab keine Ahnung. Die friert sich doch mindestens den Arsch ab. Oh Gott. Vielleicht zwei von denen. Ich versuche aber halt dennoch irgendwie Munition zu sparen. Weil man weiß ja nie. Nachher braucht man die noch. Aus irgendeinem Grund. Hat sogar funktioniert. Der Schneesturm ist echt heftig. Man sieht ja fast so viel wie in Silent Hill 1. Nämlich gar nichts. Nasenzombie. Versuchen wir einfach, den Zombie zu umgehen hier. Versuchen wir einfach, den Zombie zu umgehen. Untertitelung des ZDF, 2020